Karl Carstens war ein deutscher Politiker. Er war von 1976 bis 1979 Präsident des Deutschen Bundestages und von 1979 bis 1984 der fünfte Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Leben Carstens wurde in der Fittgerstraße 36 des Bremer Stadtteils Schwachhausen geboren, kurz nachdem sein Vater Karl Carstens Oberlehrer und Studienrat an der Handelsschule in Bremen in Frankreich gefallen war. Er wohnte einige Jahre mit seiner Mutter im Rheinhaus Bassesstraße. Nummer 67 Seine Patentante war die Bremer Kindermalerin Agnes Sander Plump. Nachdem er 1933 Dekasekunden Abitur am Alten Gymnasium in Bremen erlangt hatte, absolvierte Carstens ein Studium der Rechtswissenschaft in Frankfurt am Main. Greifswald, Dion, München, Königsberg und Hamburg, welches er 1936 mit dem 1. und 1939 mit dem 2. juristischen Staatsexamen beendete. 1938 schloss er seine Promotion zum Dr. Jur. ab. Er wurde Referender am Landgericht Bremen. Nach der studienbedingten Rückstellung vom Wehrdienst leistete er 1938 eine Wehrübung beim Flak-Regiment 26. Von 1939 bis 1945 nahm er dann als Soldat bei der Flak-Katellerie am Zweiten Weltkrieg teil. Er wurde in der Flak-Abteilung 407 zum Flugmelder ausgebildet. Nach dem 2. Staatsexamen lehnte er eine Richterstelle ab und ließ sich 1940 zum Unteroffizier und 1941 zum Wachtmeister der Reserve befördern. 1942 erfolgte die Beförderung zum Leutnant und der Einsatz als Eudonanzoffizier im Stab der Flak-Abteilung 262 der Luftwaffe. Er erhielt das Eiserne Kreuz 2. Klasse und wurde an der Flak-Artillerie-Schule 3 in Berlin-Heiligensee tätig. Nach Kriegsende wurde er in Bremen als Rechtsanwalt zugelassen und begann seine Tätigkeit in der Kanzlei Erlass und Vogel. Er war zudem vom Juni 1945 bis 1947 ganz oder zeitweise für Bürgermeister und Justizsenator Theodor Spitter tätig und wirkte auch an der Erstellung der Bremer Verfassung mit. 1948 begann Carstens ein Studium an der Yale-Universität in Newhaven, welches er 1949 mit dem Grad eines Masters of Loss beendete. Von 1949 bis 1954 war er Rechtsberater des Bremer Senats und Bevollmächtigter Bremens beim Bund. Ab 1950 hatte er einen Lehrauftrag an der Universität zu Köln, wo er sich 1952 habilitierte. 1954 trat er dann in den Auswärtigen Dienst der Bundesrepublik Deutschland ein. Bis 1955 war er ständiger Vertreter der Bundesrepublik Deutschland beim Europarat in Straßburg und danach im Auswärtigen Amt in Bonn tätig, wo er als Experte für Europafragen zum Stellvertreter des Bundesaußenministers aufstieg und 1958 die Leitung der Abteilung Westi Europa übernahm. 1960 erfolgte seine Berufung zum Professor für Staats- und Völkerrecht an der Universität Köln. Von 1970 bis 1972 leitete er das Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Bonn. Familie Carstens heiratete 1944 Veronika Prior in der Flak-Kaserne in Berlin-Schulz-Endorf. Veronika Carstens wurde später Fachärztin für Innere Medizin. Die Ehe blieb kinderlos. Das Ehepaar gründete 1982 die Karl und Veronika Carstens Stiftung mit dem Ziel der Förderung von Naturheilkunde und Homöopathie. Parteimitgliedschaften Carstens war seit 1934 Mitglied im Sturm 575 der SA. Von 1940 bis 1945 war er Mitglied der NSDAP. Aufgrund seiner Zugehörigkeit zur NSDAP mobilisierte ein Bündnis aus kommunistischen und sozialistischen Organisationen, Gewerkschaften und Einzelpersonen, darunter Hanne Hiob 1979 eine Demonstration, die Vorläufer des Straßentheaters anachronistischer Zug war. Seit 1955 war er Mitglied der CDU-Abgeordneter. Von 1972 bis 1979 war er Mitglied des Deutschen Bundestages. Hier war er von Mai 1973 bis Oktober 1976 Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und Oppositionsführer. Nach der Bundestagswahl 1976 wurde Carstens am 14. Dezember 1976 zum Präsidenten des Deutschen Bundestages gewählt. Karl Carstens ist 1972 über die Landesliste Schleswig-Holstein und 1976 als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Ost-Holstein in den Bundestag eingezogen. Öffentliche Ämter. Von Juli 1960 bis Dezember 1966 war er Staatssekretär im Auswärtigen Amt. In der Zeit der Großen Koalition von Dezember 1966 bis 1968 Staatssekretär im Bundesministerium der Verteidigung. Von 1968 bis 1969 war er dann als Staatssekretär-Chef des Bundeskanzleramtes bei Bundeskanzler Kiesinger. Bei der Wahl des deutschen Bundespräsidenten 1979 wählte ihn die Bundesversammlung am 23. Mai 1979 zum 5. Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland. Carstens' Kandidatur war zuvor wegen seiner früheren NSDAP-Mitgliedschaft kritisiert worden. Die SPD warf Carstens zudem vor, 1974 vor dem Ausschuss zur Guillaume-Spionage-Affäre falsch ausgesagt zu haben, indem er angab, in seiner Zeit als Aufseher über den Bundesnachrichtendienst der Ende der 1960er Jahre habe er nichts über Verbindungen des BND zum Waffenhandel gewusst. Später tauchten von Carstens unterzeichnete Akten auf, die solche Verbindungen belegten. Ein Gericht sah erhebliche Anhaltspunkte für eine Falschaussage. Er löste Walter Scheel als Bundespräsidenten ab. Während seiner Amtszeit positionierte sich Carstens gegen Forderungen der Friedensbewegung nach einseitiger Abrüstung und lehnte insbesondere deren Bezugnahme auf die Bergpredigt ab. 1983 gab er die Gedicht-Anthologie Deutsche Gedichte heraus. Eine erste Druckauflage wurde wegen vieler editorischer Fehler eingestampft. Wegen seiner Vorliebe für das Wandern war Carstens während seiner Amtszeit bekannt als Wanderpräsident. Er nutzte diese Wanderungen zur Begegnung mit vielen Menschen, von denen er sich streckenweise begleiten ließ und mit denen er unterwegs einkehrte. Aus Altersgründen verzichtete er auf die Kandidatur für eine zweite Amtszeit und schied damit am 30. Juni 1984 aus dem Amt. Staatsbesuche Ehrungen 1962 erhielt er das große silberne Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich. 1977 erhielt er das Großkreuz des Ordens de Isabella Catolica. 1977 erhielt er das große goldene Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich. 1979 erhielt er das Großkreuz mit großer Ordenskette des Verdienstordens der Italienischen Republik, nachdem er schon 1965 Dekasekunden Großkreuz bekam. 1982 erhielt er den Großstern des Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich. 1984 wurde er mit dem Karlspreis der Stadt Aachen, den Ehrenbürgerwürden der Städte Bonn und Berlin sowie der Universität Köln ausgezeichnet. 1984 erhielt Carstens die Bremische Ehrenmedaille in Gold als erster Bevollmächtigter Bremens beim Bund und seine Unterstützung bei der Sicherung der Selbstständigkeit Bremens. 1986 benannte die Deutsche Bundesbahn mit der Karl Carstens ihr damals neuestes kombiniertes Eisenbahn-Auto- und Fahrgast-Fährschiff für die Vogelfluglinie nach dem Altbundespräsidenten. Taufpatin war Veronika Carstens. Außerdem wurde er mit dem Hans-Martin-Schleier-Preis ausgezeichnet. 1987 erhielt er die goldene Medaille der Humboldt-Gesellschaft. 1990 wurde ihm die Goldmedaille der Fundation Jean Monnet-Pour-Lerop verliehen. 1991 erhielt er den Europäischen Karlspreis der Sudeten-Deutschen Landsmannschaft. Die freie Hansestadt Bremen benannte die vierte und zuletzt gebaute Weserbrücke zwischen den Ortsteilen Haarstedt und Habenhausen nach ihm. Seit 2003 steht in der oberen Rathaushalle des Bremer Rathauses eine Bronzebüste des Bildhauers Erne Mansander. Tod. Carstens starb in der Nacht vom 29. auf den 30. Mai 1992 in seinem Wohnort Meckenheim bei Bonn an den Folgen eines Schlaganfalls. Er wurde auf dem Rinsberger Friedhof in Bremen bestattet. Sein Grab liegt in der Nähe des hohen und auffälligen Grabsteins von August Tamerschlag. Verschiedenes Im Jahr 1974 veröffentlichte der Schriftsteller und Nobelpreisträger Heinrich Böll seine Erzählung Die verlorene Ehre der Katharina Blum, die ihm wegen unterstellter Sympathien zum RAF-Terrorismus heftige Kritik von konservativer Seite einbrachte. Auch Carstens äußerte sich jedoch offensichtlich in Unkenntnis wesentlicher Fakten und des Inhalts des Buches. Ich fordere die ganze Bevölkerung auf, sich von der Terrortätigkeit zu distanzieren, insbesondere den Dichter Heinrich Böll, der noch vor wenigen Monaten unter dem Pseudonym Katharina Blum S.I.C. ein Buch geschrieben hat, das eine Rechtfertigung von Gewalt darstellt. Dies setzte Carstens zahlreichen spöttischen Attacken aus. Der Spiegel zitierte den Satz später sogar in seinem Nachruf. Der Grafiker und Politaktivist Klaus Steck entwarf auf Bölls Bitte hin infolge dieser Äußerung ein Plakat, auf dem Carstens auf einer Kuh reitend dargestellt war. Mit der Überschrift »Professor Carstens reitet für Deutschland« und dem vollständigen Zitat. Schriften Der gutgläubige Erwerb von Pfandrechten an Grundstücksrechten Dissertation 1938 Grundgedanken der amerikanischen Verfassung und ihre Verwirklichung Habilitation 1952-54 Politische Führung – Erfahrungen im Dienst der Bundesregierung 1971 Bundestagsreden und Zeitdokumente – Bonn 1977 Reden und Interviews – Vier Bände – Bonn 1979 bis 1983 Deutsche Gedichte – 1983 Erinnerungen und Erfahrungen 1993 Erinnerungen und Erfahrungen im Dienst der Bundeskanzler